Endlich etwas, das die gesamte Fangemeinde denkt, aber das Management sich nicht traut, sich zu zeigen und zu bestätigen, was wir bereits sehen. Es war unmöglich, ruhig zu bleiben und die Enthüllung hat gerade stattgefunden und alle überrascht. Aber bevor ich es dir erzähle, überprüfe bitte, ob du als echter Fan den Kanal bereits abonniert hast und die Benachrichtigungsglocke aktiviert hast, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Eintracht Frankfurt steht vor einem Dilemma mit dem Mangel an einem Feldführer, eine Frage, die nicht nur die Fans, sondern auch das Management des Vereins beschäftigt. Mit dem bevorstehenden Abgang von Pascal Groß zum Borussia Dortmund fehlt der Mannschaft ein starker und lautstarker Anführer im Mittelfeld, jemand, der dem Team Stabilität und Beständigkeit verleihen kann. Die erfahrenen Anführer Kevin Trapp und Mario Götze, obwohl wertvoll, erfüllen diese Rolle nicht genau. Trapp hat aufgrund seiner Position als Torhüter Einschränkungen in seinem direkten Einfluss während der 90 Minuten. Andererseits führt Götze, ein Weltmeister, auf eine eher diskrete Weise nicht so sehr als Redner, sondern als Vorbild auf dem Spielfeld. Laut Trainer Dino Topmeller fehlt dem Team das Führungsprofil, das keine direkten Konfrontationen scheut und seine Teamkollegen herausfordert, wenn nötig. Topmeller lobte Robin Koch als Spieler, der diese Rolle übernehmen könnte, und lobte seine solide Saison und sein Engagement für den Verein und das Team. Er betonte die Bedeutung, dass Koch einen Schritt nach vorne in seiner Entwicklung macht, mehr Verantwortung übernimmt und schwierige Situationen löst, wenn sie auftreten. Für Topmeller ist es entscheidend, dass Koch nicht nur sein hohes Leistungsniveau aufrecht erhält, sondern auch innerhalb und außerhalb des Spielfelds vokal und durchsetzungsfähig wird, wesentliche Eigenschaften eines echten Anführers. Adlerträger, erzähl mir in den Kommentaren. Ich freue mich auf dich im nächsten Video.